Wo noch? Ne, ich würde das nicht so betrachten. Ich würde dann eher sagen, dass wir ja hierhin brauchen. Man kann hier nicht durchschießen. Mal wieder. Du könntest dann wechseln. Ne, geht auch nicht. Moment mal. So, das Pfeil kommt da rüber. So, das Ganze kommt da rüber und fliegt dann da rüber und kann dann dahin fliegen, wo du ihn definiert hast. Kannst du da... Warte, ich kann da oben noch in der Linie sitzen. Hier oben kann man ja sitzen, gell? Ja. Oh, da? Nein. Kannst du nicht sitzen? Hm. Gut, der fliegt da rein und dann hier raus. Das ist schlecht. Im Prinzip ist das ja schon mal nicht schlecht, aber falsch. Kommt der Ball am Anfang her? Ganz da hinten raus. So, der Ball fliegt dann hier hinten hin und da hinten haben wir nichts zu setzen, gar nicht. So. Wir müssen irgendwie da hinten hin, doch. Wir müssen irgendwie da hinten hin, doch. Ja, ich... Ich... Warte am überlegen. Die Begebung. Mhm. Da hat kein Zweck, oder? Ne, stimmt, die kommen von da hinten. So, der muss da sein, das muss so sein. Dann muss der da reinfliegen, das ist der Sinn und Zweck. Nur die Frage... Ah, so schaut gut aus. Wenn ich den da rein... Jetzt muss das gehen, ja. Hä? Du musst, du musst zuerst da oben und dann da hinten rein platzieren. Der Ball jetzt... Abwalt so und jetzt um platzieren? Ne, das war das Falsche. Ah, ja, so, ach so, ja, okay, jetzt verstanden. So. Der Ball jetzt... Abwalt so und jetzt um platzieren? Ne, das war das Falsche. Ah, ja, so, ach so, ja, okay, jetzt verstanden. So. Da hast du den. Schön hier auf der Auslage zum Großen. Hüppig, hüppig, hüppig. Ah, das ist ein Krampf. Ja. Offline. So, sieht gut aus, sieht gut aus. So, wir brauchen einen ultimativen Countdown. Perfekt. Perfekt. Brücke. Brücke. Brücke, Brücke. Brücke brauchen wir für alle Fälle mal. Und dort drüben gibt's Haufen Punkte. 2, 2, 2. Okay. Wo muss man hin? Da ist auch was. Ich weiß. Da hinten ist auch was. So, wir müssen da oben hin, da ist Exit. Okay, da ist Exit. Ganz wissenschaftlich tun, als wenn wir das jetzt alles begreifen. Das heißt, wir müssen ja da hin dann. Wir müssen da hin dann. So, wir können hier durchgehen. Und wenn du jetzt... Ne, warte mal. Jetzt haben wir ein bisschen was falsch gemacht. Geh nochmal zurück. Ja, irgendwie haben wir da ein bisschen. So. So, wir müssen nämlich dort oben fortfahren. So. Das sieht mit mir schon besser aus. Und jetzt brauchen wir hier strahlen. Und zwar einmal die 1 und einmal die 2. So. Die 2 ist da. Also du musst da nach hinten. Was muss ich? Also. Gleich. Kann sein, boah da ist jetzt immer. Nein. Du? Ich weiß nicht. Bist als zweites dran. Oder? Keine Ahnung. Ja, warte, wir können ja irgendwie... Warte. Da dring ich ja 2-2. Warte, ähm. Ja, hilf du mal runter. Nein, das geht auch nicht. Ja, dann mach du einfach mal. Ja, warte, ne. Wir sind 1, 1, 1, so. Du musst zuerst. Ja, lass los. Ich muss das brutal einfach irgendwo hin tun, gell? Ja, lass los. Ja, mach die Brücke jetzt weg. Aha. Okay, das ist die Logik. Ne, ist nicht die Logik. Na, ha, 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 ha. Achso. Achso, achso, achso. Jetzt hab ich's verstanden. Moment mal. Also da hinten ist genau das gleiche. Moment mal. Wie komm ich jetzt am besten jetzt zu dir? So. Achso, warum war das jetzt nicht gemeint? Jetzt komm's ja. Also. Naja, das war jetzt dein Ende. So geht's natürlich auch. Egal. Wichtig ist nur, du wirst nicht mehr am Startverein. Ich tue so, als kenne ich mich hier irgendwie voll aus. Genau. Also. Ähm. Nicht also. Müsst du vielleicht auch mal was sagen. Ich hab nicht geplant, Gott, wie man das am besten macht. Okay, also. Wir haben einen Plan. Und dann. Okay. gehen. Ja, du kommst mal mit. Wo können wir dich? Du kümmerst dich um die Eins. Was Einser zwei ist. Du kümmerst dich um die Eins. Set bei Eins und bei Eins das Portal. Also unten und drüben. Wir müssen zugleich fliegen und dann gegeneinander knallen. Genau. Genau, ja. Ah, das war jetzt daneben. Äh, das war falsch. Also. Das, das ist verbunden. So. Wir müssen aneinander knallen. Ähm, falsch. Ähm. Da. Also ich muss zuerst die zwei unten, dann ist mir nicht der Strahl weg. Der Strahl war nämlich grad das Problem. Ja. Ähm. Sag, wenn du bereit bist. Ich denke mal, ja. Bam. Genau so schaut's aus. So hirnlos herum. Auf das muss das kommen, ey. Ja, ich hätt's eigentlich dir auch sagen können, dass wir immer einsam wären. Ja. Wär auch ne Möglichkeit gewesen. Wär auch ne Möglichkeit. Ich, ich wusste es in meinem Kopf, aber ich hätt's dir auch sagen können. MCD. Tu es. Und reine Welt. Vorführer. Ein wunderschön Tor. Gn ou. Es wird das Wort Blah. Fortlaufen wiederholt. Blahbla. Wenn ihr einmal eine Zahl anstelle von Blah hört, Ignoriert es. Dies ist ganz und gar un-wichtig. Der heutige Sicherheitsgrund lautet 5-33-41-18. Kendi die diskuss war einıl späterenaktesten. Wat? Achso, ja. so hat sich in die Sicherheitsgurt gemerkt er kann es bestimmt hier weiter nein habe ich nicht auch ich habe ihn auf Band also ich auch auf Band notiert ah cool wie haben wir denn da? hattet ihr Angst vor dem Test? da ist ja mal ein Verträum, ist krön jetzt sind wir hier und da ja oben auch, wo wir die an Transportgeschäfte da habe ich nicht weiter was, siehst du das? ach da ist der da fehlt noch ein bisschen was, da hat er noch nicht alles gespielt, der Ad nein, aber ich kann mich an die ganzen Tests überhaupt nicht erinnern, ehrlich gesagt so viel Statistik ist gut kann sein, dass vielleicht durch die Dings, durch die Update-Ting was anders geworden ist ich kann mich daran gar nichts erinnern, von den ganzen Scheiß ach, ich kann mich auch an so viele Tests nicht erinnern wobei ich bin ziemlich alt, da kann ich schon vergesslich sein ja, und vor allem, dass es sehr hochschauig ist ja, ja, also gar ja, wenn ich gedacht hätte, dass ihr so weit kommt, schaffe ich diese neue Strecke nur für euch geil es ist drauf gefallen, dass ihr euch sehr nahe gekommen seid ich glaube, das gefällt mir nicht warte mal jetzt ähm ja, ich mag fliegen geil geil wobei bleibst du, Ad ich wollte dich geschnuddeln Orange, mach dich nicht lustig über Blue da also warte Vielen Dank.